Der Kirre Kevin steht vor einem knallbunten Plakat und liest. Geht noch mehr Design? Tja, um diese Frage beantworten zu können, müsste Kevin erst einmal wissen, was Design überhaupt ist. Tatsächlich geht es den meisten von uns so. Während wir oft ein ungefähres Verständnis vom Begriff Design haben, fällt es uns ziemlich schwer, diesen auf den Punkt zu bringen. Was unter anderem auch einfach daran liegt, dass das Wort heutzutage inflationär verwendet wird und seine Grenzen immer weiter verwischen. Beim alltäglichen Verständnis von Design dominieren oft zwei Vorstellungen. Erstens, Design ist an sich bereits etwas Gutes. Zweitens, Design ist eine Art der Gestaltung, die praktische und ästhetische Eigenschaften verbindet. Was im Grunde genommen nicht falsch ist, aber Design auch nicht ganz gerecht wird. Dagegen ist es ein gängiger Irrglaube, dass Design an sich bereits eine positive Eigenschaft ist. Design ist nämlich, soweit der Begriff sich überhaupt verallgemeinern lässt, eigentlich ein Arbeitsprozess bzw. eine bestimmte Herangehensweise beim Gestalten und Erstellen von Produkten oder Dienstleistungen. Und diese kann eben gut oder schlecht umgesetzt sein. Im Allgemeinen lässt sich Design vielleicht als problemorientiertes Arbeiten beschreiben, welches sich konkret an bestimmten Zielgruppen und deren Bedürfnissen orientiert. Das Ziel ist es, Produkte zu entwerfen, die den Bedürfnissen ihrer voraussichtlichen Anwender entgegenkommen und gleichzeitig eine optimale Umsetzung ihres Zweckes gewährleisten. Zum Beispiel das Interface eines Bildbearbeitungsprogrammes. Einerseits soll es verständlich und einfach zu bedienen sein, andererseits soll es garantieren, dass die Möglichkeiten des Programms gut ausgeschöpft werden können. Die Formgebung bzw. die ästhetische Komponente beim Design orientiert sich immer an der Funktion des Produktes. Sie ist in dieser Hinsicht zweitrangig. Die Form soll Zweck und Funktion verkörpern und idealerweise selbsterklärend sein. Im Idealfall hat sie dabei noch ein ansprechendes Äußeres. Einer Tasse, der man nicht ansieht, dass es sich um eine Tasse handelt, oder eine Tasse, die sich aufgrund ihrer Form oder Gestaltung schwer benutzen lässt, hätte demnach ein fragwürdiges Design. Wenn man so möchte, lässt sich hier eine Grenze zwischen Kunst und Design ziehen. Pauschal gesagt besitzt die Kunst die Freiheit, alles zu tun und muss sich an keine Vorgaben halten. Design dagegen agiert immer im Rahmen einer Aufgabenstellung und versucht mit Hilfe von harmonierender Funktion und Form eine ansprechende Lösung zu bieten. Auch wenn Kevin jetzt eine bessere Vorstellung vom Begriff Design und seiner Bedeutung hat, hilft es ihm nicht unbedingt weiter. Denn die Frage, ob noch mehr Design geht, ergibt für ihn irgendwie immer noch keinen Sinn. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020